Eine Zusammenfassung für das Spiel? Okay, es ist immer schwierig nach so einem Spiel wie in der Champions League, wenn man gerade auch das erste Mal vor so vielen Zuschauern wieder spielen kann und dann so einen überragenden Sieg ringt, dass man dann auf das nächste Spiel wieder konzentriert ist und den Fokus hat, die tägliche Arbeit umzusetzen. Das haben Sie heute sehr gut auf dem Platz gebraucht. Ich denke, wir hätten vielleicht ein oder andere, ein, zwei Gegentore bekommen können, aber ich denke, wir hätten auch noch mehr schießen können auf unserer Seite und dementsprechend bin ich froh, dass wir auch keine Verletzten haben, um auch mit diesem Kader weiterfahren zu können. Vielen Dank. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Warum haben Sie heute gespielt, war für Sie die Bußstrafe genug oder haben Sie ihn gebraucht, deshalb hat er heute gespielt, nach dem, was er dann gemacht hat? Die zweite Frage ist dann, warum haben Sie Mahlul keine Pause heute gegeben, obwohl wir einen wichtigen Spiel am Montag haben? Ja, also ich denke, wir haben das besprochen. Ich habe unmittelbar nach dem Spiel in der Champions League gesagt, das sind Emotionen und wir werden das am anderen Tag anschauen und das haben wir gemacht und dann ist das auch für mich vergessen. Ich denke nicht, dass wir uns selber bestrafen müssen und darum war er mit dabei und das ist auch vergessen und er hat sich entschuldigt. Also das muss dann nicht alles noch größer gemacht werden, aus meiner Sicht. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Präsident, meine Damen und Herren! … … Vielen Dank. 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 ... 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 Das ist nicht so schön. Das ist nicht so schön.